Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Meiner hat dich nicht erkannt? Schneidig siehst du aus in der Uniform. Urlaub? Ja, drei Tage. Maria weiß es gar nicht. Bis zum letzten Moment wusste ich es selbst nicht. Ich bin nicht mal sicher, ob sie zuhause ist. Doch, aber bald müssen sie alle in die Röst zucken. Für den Tapfer unserer Frauen. Zigarette? Ich würde lieber was trinken. Stattmann, hol mal ein Bier für unseren Helden. Es war glich heiß heute. Ja, ein herrlicher Tag. Gib deinen guten Wein in diesem Jahr. Muss ja eine tolle Stimmung sein bei der kämpfenden Truppe. Na, bitte drüber. Sag mal, warum hast du nicht geschrieben? Na ja, ich wollte nicht, dass du dich freust und dann aus dem Urlaubsgesuch doch nichts wirft. Und da habe ich mir gesagt, wenn es kommt, bin ich einfach da. Ja, und jetzt bist du da.